Mein Name ist Natascha Mazursky, ich bin Lehrerin an der Gesamtschule West für GP und für Englisch. Und ich bin hier, weil ich an der Schule beauftragt bin für It's Learning und auch gerne mich darum kümmere für das Zentrum für Medien, dass It's Learning auch an anderen Schulen etwas schneller vorankommt. Für Eltern entstehen ganz viele Vorteile, wenn man mit It's Learning arbeitet. Zum einen können sie einfach ganz anders mit uns in Kommunikation treten. Also in meine Antwort gehe ich jetzt mal darauf ein, wie es wäre, wenn tatsächlich in Bremen überall auch Eltern It's Learning Zugänge hätten. Zum einen könnten sie dann, wie gesagt, von mir aktuelle Termine erfahren. Sie könnten immer wissen, was machen wir gerade im Unterricht. All das könnten wir über die Lernplattform kommunizieren. Sie könnten mich jederzeit erreichen, aber sie könnten auch zum Beispiel miteinander kommunizieren. Der Elternbeirat kann sich dort organisieren. Auch das gibt ihnen einfach viel, viel einfachere Möglichkeiten, als alles telefonisch oder mit Listen oder mit anderen Doodles zu machen. Und ich finde es auch ganz wichtig, mal darüber nachzudenken, wie machen wir in Zukunft Elterngespräche. Und so könnte ich zum Beispiel den Eltern vorher schon eine Nachricht zukommen lassen, was ich gerne besprechen würde. Die können darüber nachdenken. So können wir dann die Zeit, wenn wir uns tatsächlich treffen, effektiv nutzen, das zu diskutieren. Und müssen nicht mehr mit diesen ganzen ersten Berichten uns aufhalten, nur um dann am Ende wieder viel zu wenig Zeit zu haben, das zu diskutieren und zu überlegen, wie es weitergeht. Das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Vorteil. Und ganz in Zukunftsvision würde ich gerne Lernpläne für Schüler mit den Schülern gemeinsam schreiben und auf ItsLearning abbilden, die dann sowohl von mir kommentiert und beraten werden können, als auch von den Eltern. So dass dann meine Zukunftsvision ist, dass ich bei diesen Elterntreffen nur noch mich zurücklehnen kann, der Schüler selbst seinen Lernplan vorstellt und sowohl ich als auch die Eltern überlegen können, wie wir den Schüler bestmöglich dabei unterstützen können. Herr Richter, Sie haben ihn mit den Schülern angebracht, Herr Richter, Sie können die Schüler bestmöglichkeiten mit dem Schülern, an die Schülern, an der Schülern absch 2023 auf dem Schülern und nachz helloch ist. Herr Richter, Sie wollen mit den Schülern eingezogen.